Im April ist es, gell? Warum tue ich mir das an? Ich finde die Atmosphäre auf Barcamps ziemlich geil und ich fände es schade, wenn es in Heidelberg kein Barcamp gäbe. Ich bin im Barcamp Orga Team, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Projekte in Social Media so eine ganz eigene Dynamik entfalten. Und wenn man sich wünscht, dass was passiert, dann muss man es einfach auch selber mit anpacken. Weil ich tierisch Lust habe, hier in der Region Leute zusammenzubringen, um gemeinsam was zu reißen und auf die Bauende zu stellen. Und dass nicht jeder vor sich hin wurstelt, wie es oftmals so läuft. Deswegen bin ich mit dabei beim Barcamp 2015. Ich glaube, dass jeder Mensch besondere Fähigkeiten hat. Und auf einem Barcamp findet man ganz schnell viele Gleichgesinnte, mit denen man seine Fähigkeiten ausbauen kann. Und deswegen organisiere ich gerne an so einer Veranstaltung mit und setze meine Fähigkeiten des Organisierens da ein. Ich bin im Orga Team, weil ich möchte, dass es ein gutes Barcamp wird. Und das Team braucht jemanden, der es zusammenhält, der es strukturiert. Und ich möchte einfach, dass es eine tolle Veranstaltung wird. Und deswegen bin ich dabei und bringe mich ein. Das ist eine schöne Frage. Das ist für mich auch gar nicht so schwer zu beantworten. Ich mag Menschen sehr, sehr gerne. Und ich finde, die Diversität, die wir haben, alle mit unseren eigentlichen, mit unseren individuellen Fähigkeiten und Talenten, die ist eine ganz große Chance. Und manchmal braucht es nicht viel anderes, als einen Rahmen zu schaffen, einen Tisch zu schaffen, einen Vortragsraum, ein Barcamp, um ganz, ganz viele unterschiedliche Leute einfach zusammenzubringen und dann zu gucken, was passiert. Da können ganz tolle Dinge bei rauskommen. Ja, es ist ein Jericho. Ja, nichtına. Kommissar. Ja, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020